Bleib auf der Kupplung, bleib auf der Kupplung, ganz vorsichtig Bremsen, du wirst sehen die beißt die Bremse. Nicht so tun, es könnte gegen den Verkehr kommen. Gesicht müsstest du von dir sehen, du hast gerade ein bisschen Angst gehabt. Innspiegel, Außenspiegel. Soll ich dann wieder nach vorne schauen eigentlich? Was hast du gemacht? Scheiße, das Auto ist kaputt, ich muss raus hier. Lenken. So, die haben wir Vorfahrt hier, ne? Also schön Kupplung treten. Fahr noch ein Stück vor, fahr ruhig noch ein bisschen rein. Ja, 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 Kupplung und jetzt bremst, jetzt bremst, so, jetzt gucken wir schön, dass da keiner mehr kommt. Genau, lass die Hände schön am Lenkerrad. Okay, nochmal einen Schulterblick und dann geht's rum. Schulterblick und jetzt fährst du rein. Und rum. Alles gut, Maus, ich bin dabei, ich bin dabei, du brauchst keine Angst haben. Jetzt gib Gas, Gas geben, hochscheiden, zweiten Gang. Kurplung raus. Ich bin begeistert, ehrlich, ohne Platz. Gefällt mir sehr gut, ohne Mist jetzt. Gib Gas. Du hast Parallelen zur Kassi. Super, hat sie sich auch gut angestellt? Ja, absolut. 70, okay, dann muss ich mich jetzt beeilen. So, jetzt hoch, zack, zack, Kopfnuss, denk einfach dran, ne? Ja. So, jetzt guckst du nach vorne, mein Schatz, jetzt guckst du nach vorne, dann siehst du, die Ampel ist rot, nimmst Gas raus, nimmst Gas raus. Ja. Gas raus, komplett raus. Genau. Sprach Kraftstoff, oder heißt es Kraftstoff? Kraftstoff. Kraftstoff. Wie heißt denn das? Kraftstoff. Kraftstoff, was hab ich falsch gesagt? Kraftstoff. Benzin hat es auch, oder Diesel? Ne, Kraftstoff ist schon okay. So, jetzt Gas weg. Ich fahr auf der Straße, das fällt mir jetzt erst auf. Ja, Kupplung treten und bremsen. Und beim Bremsen Rückspiegel schauen. Dass du immer weißt, was hinten... Und guck ein bisschen, freuen dich, wenn die Leute, die rennen doch weg, Schätzelein. Halt und schalten. Mama. Ganz gut. Ja, alles gut, mein Engel. Hinter mir ist da noch niemand. Das ist scheißegal, aber auch wenn die hinter uns sind. Der dicke Udo ist bei dir. Gas, Gas. Und schalte hoch. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Wenn der Nahim das sieht, der pisst sich ein. Grüße gehen raus an Nahim. Oskar, Cassi. Pass auf, tu mal die Hand weiter runter. Da ist die Daumen hier in der Mitte so weit nichts. Da in den Steg so. Da hast du erstmal so eine Kontrolle, wisst du? Ja. Ja. Ja, heißt... Ich hab gerade nur überlegt, soll ich jetzt langsam abbremsen? Es ist grün. 50. Kein Stress machen. So. Bremst mal ohne Kupplung. Leicht anbremsen. Leicht anbremsen. Kupplung treten, dritten Gang schalten. Einfach nur dritten Gang. Pam, Pam. Kupplung raus. Wunderbar. Weiter geht's, weiter geht's. Wieso? Wenn ich die Kupplung so schnell raus mache, dann holpert es ja sogar mal kurz. Ja, genau. Ein bisschen langsamer, ne? Schon ein bisschen gefühlt. Aber das war jetzt okay. Blinker rechts, wir fahren rechts im Zentrum weiter. Oh, fuck. Scheiße. Mann. Aber hier muss ich trotzdem Schulterblick machen, auch wenn rechts keine Straße oder... Ja, hier kann man... Sicher ist sicher, dann mache ich das nicht falsch. Fahr, fahr, fahr meine Glitter. Okay. Aber wie gesagt, der Blinker rechts ist... Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt in meinem Kopf so drin hab. Ja, ist aber am Anfang bei vielen so. Aber sauviel parallel zu Kassi, ohne Mist. Mhm. Bleib schön in der Theorie drin, mach die Hausaufgaben ordentlich, ne? Mhm. Und viel üben, bis es dir aus den Ohren rausquillt. Du hast ja Einzelzimmer, oder? Ganz kurz dieses Schild, was heißt das nochmal? Ich darf da nicht reinfahren. Richtig, Einfahrt verboten. Du hast Einzelzimmer, ne? Ähm, ja. Na, dann passt das doch. Mann, ich brauche die Kupplung nicht drücken. 40 Bein Nässe. 40 Bein Nässe, Schatz. Oh, stimmt. Immer von unten lesen. Ja. Und fahren. Das heißt, ich darf immer noch 50 fahren. Fahren, fahren, fahren. Nur geradeaus, ich hab Vollfahrt. Hui. Ich muss dich reden manchmal mit mir selber nicht wundern. Alles gut, alles gut. Da muss ich die eigentlich einfedern lassen? Nee, ich hab... Warte, müsste ich die einfedern lassen? Nein, 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 nein. Ich darf immer fahren. Ich muss nicht auf die 8 fahren. Die müssen wir auf unsere 8. Gas geben und hochschalten. Gas weg beim Hochschalten. Gib mal Gas. Jetzt blink mal links, bitte. Blink mal links. Gib weiter Gas. Noch nicht rüberziehen. Jetzt gucken wir erstmal da hinten, ob die... Nee, nee, nee. Hör mal auf zu schalten. Schulterblick rüber. Schulterblick rüber. Und Fahrstreifwechsel. Alles gut, Mama. Blinker aus. Blinker aus. Und weiterfahren. Nicht zu ziehen am Lenkrad. Nicht zu weit links? So passt das schon. Nee, nee, du brauchst nicht. Darf ich an den dritten? Uh. Nee, der Bus ist mir fast auf die Kniescheibe gefroren. So, geradeaus weiter. Geradeaus weiter. Und nicht in den dritten Gang. Nee, lass jetzt. Und jetzt blinkst du mal schon bitte links. Okay. Schulterblick. Und rüber. Gas weg. Kupplung treten. Bremsen. Bremsen. Ersten Gang. Ruhig. So, vorne ist wieder rot. Also mach ruhig. Kupplung durchtreten. Und bremsen. Beim Bremsen. Rückspiegel gucken. So, Gas geben. Es gibt Gas. Und schalte hoch. Schalte hoch raus. Wunderbar. 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 So, immer geradeaus fahren. So, dann guckst du da vorne. Jede Ampel, die grün ist, ist für uns lange grün. Nimm das Gas raus, beobachte die Ampel. Bist du dicht genug dran, ist es noch grün, startest du durch. Ja? Ja? Kein Ding. So, immer schön geradeaus fahren. Ich darf 50 fahren. Du darfst 50 fahren innerhalb geschlossener Ortschaften. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. 50 kmh. Außer so ich Verkehrsteilchen anders vorgeschrieben. Und immer vorausschauende Fahrt, ne? Ja. Wir haben keinen Zeitdruck. Das ist eine grüne Ampel. Kupplung, weil da ist ein bisschen stauig. Ein bisschen stauig. Und langsam, weil... So, je langsamer du wirst, umso tiefer der Gang. Und das geht los. Ab 10 kmh, jetzt nimmst du die 1 rein. Und nimm die 2. Nimm die 2, nimm die 2. Okay. Sonst geht der aus. Dann nicht so weit rüber. Die 2. So, Kupplung raus. Prima. Ich könnte es nicht besser. Ich könnte es nicht besser. Ehrlich. Und immer geradeaus. Achso, ich wollte das nicht. Ich hab mich erwischt. Hast du eigentliche eigene Lieder? Ja, eins. Ehrlich? Ja. Komponierst du selber? Ach, ich war so schlimm. Oh Gott. Also ganz alleine schreibe ich nicht. Ich habe schon Produzenten und Songwriter am Start. Weil die sonst wahrscheinlich eine Katastrophe werden würden. Aber ich helfe auf jeden Fall mit. Also wirklich, ich... Dann musst du mal ein Liebeslied über uns beide schreiben. Und Gas geben. Gas geben. Zweiter Gang. Gas weg beim Hochschalten. Ja. Und Gas geben. Gas weg beim Hochschalten. Ja. Und Gas geben. Gas weg beim Hochschalten. Deswegen musst du dir mal anschauen. Und die Leute, die zu DSDS gehen und einigermaßen Erfolg dort haben und auch gut aussehen. Die haben ja sehr schnell Erfolg und gewinnen dann Reichweite auf Social Media. Ja egal ob jetzt Instagram oder sonst was. Und warum machst du es nicht? DSDS? Weil ich habe das ja schon alles. Ich habe Produzenten, ich habe ein Label hinter mir, ich habe ein Management und ich habe die Reichweite. So wenn ich da hingehe. Okay. Ich bin zufrieden und so. Also kriege ich irgendwann eine Freikarte mal für ein Konzert? Natürlich. Und hau dann meinen Schlüpfer auf die Bühne? Genau. Oh, das hat mein Vater bei Beyoncé gemacht. Der ist der größte Beyoncé Fan. Dein Papa? Ja und hat seinen Schlüpfer auf die Bühne gemacht. Nein. So sage ich immer so, ich habe meinen Schlüpfer in ihr Gesicht geworfen auf die Bühne. Auf die Scheiße. Wenn ich meinen Schlüpfer hinschmeiße, dann denkst du, das entsteht ein Zirkuszelt da. So schön fahren und wir biegen dann bitte links ab. Turn left please. Kann man hier links abbiegen? Egal die nächste links abbiegen. Guck mal hier Richtung Schleitzseilfeld. Ah ja. Also Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker. Mach mal. Jetzt schon? Ja ja mach ruhig mal. So jetzt nochmal. Innen, Außenspiegel, Schulterblick. So rüber, rüber, rüber in den Linksabbiegerstreifen. Runterscheiden, zweiten Gang. Obwohl macht ja keinen Stress, weil vorne kommen welche. Fahr weiter vor, weiter vor. Jetzt scheibe den zweiten. Und rum. Schulterblick. Und Gas, 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 Gas. Nicht stehen dein Mosi. Und jetzt, jetzt gib mal Gas. Welche Spur? Egal. Rechts. Egal. Rechts. Rechts. Gebeurteilen. Gas geben. Jetzt noch ein bisschen mehr Gas gegeben, Schatz. Bergauf kannst du so ein bisschen über 40 gehen. Aha. Über der Faust vor mir, weißt du? Ja. Ja. Bro, entscheide dich mal. Wer ist Bro? Der da vor mir. Ach so, das ist der Bro. Ja. Äh. Ich schätze, darf ich fahren? 70, oder? Oder? Ich hab nicht drauf geachtet. Scheiße. Toll, ehrlich's mal. Ich geh raus hier, ehrlich. 50, dann kann man hier. Nee, nee, nee. Gib Gas, 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 Gas. Ich glaub, 70. Ich glaub, es waren 70. 70 war hier. Ich glaube, ja. Äh. Was wollte ich sagen? Vor wie vielen Leuten hast du schon gesungen? Wenn man fragen darf. Ähm. Also auf der Tour von Mike waren's immer so. Zwischen 1000 und 2000. Ups. Ups. Du dich mal in die Hose macht. Gas? Ja, ich hab mal wirklich in die Hose gemacht. Den ersten Mal. Weißt du, wenn der Text dann nicht sitzt oder so? Ich hatte auch Textprobleme. Ich hab halt mal ein eigenes Lied gesungen und dann noch zum Beispiel Geiles Leben. Und Geiles Leben, ich hab's eine Woche erst davor geplant, dass ich singe. Ich kannte zwar das Lied, aber ich konnte den Text nicht perfekt. Ach, wie schön. Und wegen dieser Aufregung hab ich dann zwischendurch einen Satz versungen, aber alles gut. Ah, dann machst du weiter, ne? Ja. Da darfst du nicht rumstoppen, ne? Es ist besser, ich singe live als irgendwie im Playback oder sowas. Dann mach ich halt nur Fehler. Ich mein, das ist normal. Wissen die, dass ich auch normale Menschen Fehler mache. Und hast du damit mit Promis zu tun oder so? Promis. Promis. Oh Gott! Ich bin fast runtergefallen. Du fällst weich, du wärst auf die Seite gefallen, du wärst auf mich gefallen. So, guck schön nach vorne und wo Feile in der Kurve drin sind, ist es immer eine starke Kurve. Ja. Das heißt, da geschwind... Pass auf, da verzögere ich die Geschwindigkeit ein bisschen vor der Kurve. Siehst du die Feile da? Ja. Jetzt bremst du mal ein bisschen ab. Später hast du es ja im Blut drin, aber jetzt muss ich ja so ein bisschen feste Punkte geben. Bremse ein bisschen ab, schalte runter in die vier. Nicht mehr bremsen, nicht mehr bremsen. Es wird immer vor der Kurve gebremst, niemals in der Kurve bremsen. Weil da hebt sie sogenannten Seitenführungskräfte auf, okay? Ja. Und Gas geben. Und im Winter so ein bisschen nicht. Wir kriegen ja keinen Winter mehr irgendwann anscheinend. Irgendwie sind wir hier voll subtropisches Klima. Aber naja... Aber im Winter musst du noch mehr natürlich in Kurven aufpassen. Ja. Boah, bin ich froh, dass hier kein Schnee fällt oder so. Obwohl man... Es ist eigentlich das Beste, was einem geschehen kann mit einem Vorlehrer. Das ist halt schon direkt auch noch. Natürlich. Du hast einen Fahrlehrer daneben, der sagt das ganz genau. Das ist schon wirklich Pluspunkt, muss ich sagen. Und jetzt als Ausgangsschild. Power. Schalten wir hoch in den dritten. Jetzt machen wir es mal, wie wir es immer machen. Jetzt gib mal Gas. Zieh das Ding mal schnell hoch auf 80. Zieh mal hoch, zieh mal hoch. Und jetzt pass auf. Und jetzt schalt es gleich hoch in die 5. Gleich überspringen. Gas weg, Gas weg, Gas weg, Gas weg. Und jetzt bleibst du ab auf 70 wieder? Oh, nicht so toll. Und runter. Nein, 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 nein. Das ist toll. Vierten Gang. Und Fahr 70. Kupplung raus. Und fahren. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Abbremsen. Abbremsen. Mehr, 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 mehr. Runterscheiden. Zweiten Gang. Kupplung treten. Zweiten Gang. Zwei. Nicht so viel ziehen. Kupplung raus. Kupplung raus. Kupplung raus. Und fahr. Und hier rum. Und hier rum. Hier rum. Ruhig, 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 ruhig. Wo ist heute Stelle? Wo ist heute Stelle? Das ist aber kein Bus. Nee, aber da ist Pizza. Boah. Alles gut. Alles gut. Von 7 bis 17 Uhr 30. Oh Gott, das ist so eng. Oh mein Gott. Aber Udi ist doch dabei. Du musst immer sagen Udi. Udi? Udi. Wo ist mein Udi? Udi. Und dann passt das auch. Ich hab vor. Mein Humor. Geil. Ich liebe es. Oh, da ist ein LKW. Das ist mit der, der kann warten. Wir haben vor. Doch, fahr nur einfach. Das kam aber später als Zeichen. Hallo, ihr 5.02, das bin ich und der Wind. Okay. Passt schön auf die Seitenabstand auf. Du musst immer sehen, die Preisstelle von deinem Auto ist der Außenspiegel. Und von diesem Außenspiegel mindestens ein Meter Seitenabstand zu stehenden Hindernissen. Okay? Okay. So, bremst schön ab, bremst schön ab. Guck mal, das sind 30. Ja. Bremsen runter auf 30, schalten runter ins zweiten Gang. Krupplung, zweiten Gang, zweiten Gang, zweiten Gang. Guck. Du willst immer zu weit rüber. Du kriegst das mit. Krupplung raus. Ruhig, ruhig, ruhig. So, geradeaus weiter. Jetzt sind wir gleich wieder in der Fahrschule. Okay. Hier sind wir vorne rausgefahren. Ich weiß, ob du den Sinn kannst. Hm, nein. Ich kann mich nicht erinnern. Absolut. Ja. Aber blond ist ja auch, wie gesagt. Keine Haare Farbe ist ja Lebenseinstellung, ne? Richtig. Schalt hoch. Und du hast, bevor wir los... Nee, du ziehst immer zu weit. Nur gerade. Ähm. Du hast doch vor der Fahrschule gesagt, ich kann nicht anfahren, ich kann das nicht und ich kann das nicht und dann wird er mir ausgehen. Und das erste Mal jetzt. Okay. Und wir sind zusammen seit um 11 Uhr in dem Auto. Nur mal so als Info. Stimmt. Geradeaus weiter. Darf ich 030 fahre, oder? Nee, das ist nur für die Baustelle. Das war nur für die Baustelle beschränkt. Und wann war das Zeichen? Gefahrzeichen und danach ist es wieder aufgehoben. Alles gut, okay? Okay. Und Geschwindigkeitsbeschränkungen... Gefahrzeichen heißt es wieder aufgehoben? Nein. Wenn das Geschwindigkeitsbeschränkungen mit einem Gefahrzeichen in Verbindung ist, ist es nach der Gefahrstelle automatisch aufgehoben, muss sich neu aufgehoben werden. Also muss ich achten, wenn die Baustelle weg ist, dann... Genau. Genau. Und Geschwindigkeitsbeschränkungen, geradeaus bitte, müssen ja an Kreuzungen und Einbindung wieder erneuert werden müsste. Ja. Gas weg. Kupplung treten. Bremsen. Bremsen. Rückspiegel gucken. Rückspiegel gucken. Weiter vor. Weiter vor. Weiter vor. Weiter vorfahren. Jump. So, ich bin jetzt fertig. Es war voll cool. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein gutes Feedback bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bin ich übrigens für Bonn? Mal haben Reicht. auf jeden Fall. Das höstungsgeside gut amよう für uns im panel.